Wir bei LearnChamp haben den besten Job der Welt. Wir dürfen täglich einer Vielzahl an Menschen spannende Lerninhalte präsentieren und das mit den modernsten Lerntechnologien. So bringen wir die Menschen und ganze Unternehmen entscheidend weiter. Wir arbeiten für Verantwortungsträger im HR und Learning & Development Bereich, die in ihrem Unternehmen tatsächlich etwas bewegen wollen. Anders gesagt, sie wollen ihre Weiterbildungsmaßnahmen auf das nächste Level heben und das mit der ganzen Palette innovativer Möglichkeiten, die die Technologie heute bietet. Die eigentliche Challenge liegt darin, dass gewohnte Vorgehensweisen im Unternehmen für neue Wege erst adaptiert werden müssen. Mit rund 20 Jahren Erfahrung und einem 60-köpfigen Team ist LearnChamp eine fixe Größe am E-Learning-Markt. Und das vor allem deshalb, weil wir schon immer die Bedürfnisse der Lernenden in den Vordergrund rücken. Genau das schätzen Kunden wie A1 Telekom, McDonalds, Spar oder Erste Bank an uns. Wer Wissen vermitteln möchte, muss es sich zur Aufgabe machen, Menschen auf kreative Art und Weise für Neues zu begeistern. Aus diesem Grund haben wir einen eigenen Ansatz entwickelt, den wir genauso genannt haben, wie ihn die Lernenden wahrnehmen. Amazing Learning Experience. Egal ob Kassier, Ärztin, Vertriebsleiterin oder CEO. Bereits über eine Million Menschen in zahlreichen Ländern nutzen Digital Learning von LearnChamp, um sich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen. Für uns ist es immer wieder großartig zu erleben, mit welcher Begeisterung sie das tun und vor allem, wie spielerisch einfach sie später die erworbenen Kompetenzen in ihren Arbeitsalltag integrieren. Unsere Amazing Learning Experience sorgt aber nicht nur für begeisterte Lernende, sondern hat auch eine große wirtschaftliche Relevanz. Mit E-Learning können die heutigen Veränderungen wie die Digitalisierung ganzer Branchen überhaupt erst sinnvoll und skalierbar begleitet werden. Außerdem ergibt sich durch das Wegfallen von Präsenzzeiten und eine kürzere Lerndauer ein enormes Einsparungspotenzial. Wenn auch Sie Ihr Unternehmen mit Digital Learning auf das nächste Level heben wollen, dann machen Sie sich doch einfach gemeinsam mit uns ein Bild über alle Möglichkeiten und lernen Sie unser interdisziplinäres und sympathisches Team kennen. Zusammen erarbeiten wir in unserem Open Space Ihre individuelle Amazing Learning Experience, egal ob über Mobiltelefon oder Desktop-PC, ob in einer oder 20 Sprachen. Stellen Sie sich vor, wir haben gemeinsam das Thema Lernen in Ihrem Unternehmen komplett neu gestaltet. Wenn Sie jetzt ins Unternehmen kommen, dann sehen Sie das Resultat. Lächelnde Menschen, die laufend Neues lernen und besser in Ihrer Arbeit sind. Diese Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter ist die Basis, um kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich dafür entscheiden, mit der Amazing Learning Experience Ihre Lernenden zu begeistern.